Der Gelben Katzen Der Gelben Katzen Martialisch wird auf beiden Seiten um Leben und Tod gekämpft. Doktor, wo sind unsere Feinde? Harte Action, bester Klasse mit immer neuen Sensationen und Tricks. In der Gewalt der Gelben Katzen. Harte Action, bester Klasse, bester Klasse. In der Gewalt der Gelben Katzen. Stehlen willst du? Lassen Sie das Mädchen in Ruhe, ich flehe Sie an. Verschwinde! Wollen Sie einen Schuss Morphium haben? Was? Einen Schuss? Ach ja! Doktor, der Club der Gelben Katzen ist an allem schuld. Denen muss man das Handwerk legen. Du Dummkopf, wie sollen wir das beweisen? Wir können nichts anderes tun, als den Süchtigen helfen. Dunkle Geschäfte mit fluchbeladenem Geld. Da stimmt ja was nicht, dass du an vorher sechs. Das geht doch nicht mit dem rechten Ding zu, da bedrückt einer. In der Gewalt der Gelben Katzen. Auch Frauen treiben ein gefährliches Spiel voller Heimtücke und Geldgier. Lass das. Nie lässt du mich in Ruhe. Ich will doch endlich mal schlafen. Da ist er, der Ehebrecher. Der was? Schein. Verführer. Drecksau. Keiner Bock. Ehebrecher. In der Gewalt der Gelben Katzen. Ein erregendes Sittenbild aus dem China unserer Tage.